sehr herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und wie ihr seht ich bin nicht alleine denn es ist heute mit am start moin an dich erstmal freut mich auf jeden fall mit am start sein zu dürfen und auf jeden fall erst noch mal an alle zuschauer frohes neues jahr 2023 denn das ist mein erstes video im jahr 2023 natürlich denn es auch noch mal dich wir haben uns doch schon persönlich aber für die für die für die förmlichkeit was machen wir heute denn es weil wir sitzen heute mal nicht für einen market watch hier zusammen nee so sieht es aus wir können nämlich auch andere sachen als market und market watch kann ja jeder jeder kann ja mittlerweile so wir sitzen tatsächlich hier zusammen und schauen uns mal ein paar karten an die entweder die es ja schon gibt oder die in zukunft rauskommen werden die eventuell ein problem sein könnten in der zukünftigen meter das ist so vor allem vielleicht sind das auch karten die aufgrund neu erscheinender karten wieder deutlich besser werden also denn es hat ja schon ein bisschen angeteasert und genau das sollen heute so die themen sein über die wir uns ein bisschen unterhalten wollen ihr könnt gerne eure meinung zu den heutigen genannten karten auch mal in die kommentare schreiben wo ihr dann sagt ey das ist für mich jetzt nicht unbedingt eine problemkarte oder ihr sagt ey sag mal spinn die wie können die denn sowas raus bringen und genau da seid ihr heute gefragt ansonsten däumchen nach oben sowieso denn es auch in der video beschreibung abchecken und natürlich auch gerne noch ein abo da lassen und ja ich würde sagen denn es schauen wir uns direkt die erste karte fördern oder los geht's so da wären wir dann heute auf card cluster wie gesagt heute nicht auf card market deswegen hier video link zu card cluster ist unten in der video beschreibung so rum ist es könnt ihr gerne vorbeischauen eine der besten ugo seiten die wir so bei uns im deutschsprachigen raum nutzen und nutzen können und ja die erste karte über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen ist tier elements kastira und nicht wundern wenn ich hier nach links gucke denn es der der ist ja vor mir damit ich den auch genau angucken und beobachten kann und links von mir da sind letztendlich die karten wo ich sie selber lese und tier elements kastira ja der dennis hat sich die karte gerade im vorfeld noch mal durchgelesen und dachte sich so wie die kann beides was macht die karte denn das willst du kurz zusammenfassen also folgendes während der mainphase quick effect ihr könnt die karte von eurer hand spezial beschweren und wenn ihr das erfolgreich getan habt könnt ihr ein kastira oder tier elements monster von hand oder friedhof verbannen ja dann hat die karte folgenden effekt wenn sie normalerweise spezial beschweren wurde könnt ihr die drei obersten karten von eurem deck in den friedhof schicken da habt ihr die wunderschöne schnittstelle zwischen kastira und tier elements was will tier elements richtig karten in den friedhof schicken und genau das macht dann auch tier elements kastira und dann habe ich weiter gelesen und ich so hä auch noch und wenn diese karte durch einen karteneffekt in den friedhof geschickt wurde ja könnt ihr noch mal was ja noch nicht genug ist noch mal zwei karten von eurem deck in den friedhof schicken das heißt ihr könnt alleine mit dieser karte erst drei und dann noch mal zwei sprich insgesamt fünf karten von deck in den friedhof senden was ist das alter weißt du ich finde da irgendwie diese zeile schon ein bisschen dreist wo drauf der die use each effekt auf die elements kastira once per turn so ich meine öfter brauchst du den ja auch nicht ne also aber es ist schon tatsächlich eine karte wo man sagen muss kann durchaus echt ein problem werden weil das tier elements bei uns mal ein hit bekommen wird auf der band ist ist schon ziemlich wahrscheinlich in nächster zeit aber gerade diese karte wird das sehr sehr gut auffangen können ich meine wir haben uns ja in den letzten wochen schon viel darüber unterhalten was im ocg so passiert und da wurde ja dann auch tier elements kastira gespielt und ich denke ähnliches wird uns eben auch erwarten und vor allem ist die karte die perfekte bridge dass man dann auch das boss monster entsprechend spielen kann wenn der bild es denn her gibt also das ist schon wieder eine karte wo ich sage kritisch und vor allem auch dass die noch ein quick effekt kriegen musste weiß ich nicht ob das noch notwendig war weil man angenommen ihr habt ihr irgendwie zweimal auf der hand benutzt ja mal euren eigenen zug und im gegnerischen spiel zu habt ihr eine hafnis und die auf der hand also da hast du als gegner wirklich gar keinen spaß mehr dann weil hafnis war schon eklig genug aber dann hast du quasi noch mal ein hafnis auf crack und die ist noch weniger schön definitiv vor allem auch ein fetter body mit 2300 atk und wenn sich jetzt jemand in zukunft freuen sollte wenn dann so die ein oder andere ischisu karte auf der bandlist landet ja das ist egal da habt ihr tatsächlich sozusagen den direkten nachfolger der sich dann wirklich auch noch im gegnerischen spielzug alter und dann guck mal dann dann kommt sie aufs spielfeld ja mild drei neben der hafnis die der gegner vielleicht auch noch mal auf der hand hat also da wird auf jeden fall genug gemild dass man sozusagen im gegnerischen spielzug ordentlich was beschwören kann und dann kommt noch dazu dass also nicht nur dass ihr dann gegen fettes antwort spielen müsst sondern selbst wenn ihr die tier lemons kasch tierer loswerden wollen würdet müsst ihr das über die battle phase machen weil sobald sie in den friedhof durch ein karteneffekt geht schickt sie wieder zwei karten also das ist alter ja keine ahnung also es wird konami macht uns nicht leichter in zukunft also selbst wenn das ischisu zeug geht das ist egal das haben wir auch im ocg gesehen das wird dann einfach dann wird tier lemons kasch tierer gespielt vollgas das ist so vor allem es gibt ja viele leute die freuen sich momentan auf das neue format und wenn ich ehrlich bin ob ich mich darauf so richtig freuen soll weiß ich noch nicht weil irgendwie habe ich das gefühl momentan es wird er noch schlimmer als besser weil die decks werden ja noch besser und ob wir davor wirklich eine band ist sehen das ist natürlich jetzt noch mal ein ganz anderes ding aber schreibt gerne mal in die kommentare was ihr davon haltet was haltet ihr von dieser karte und wie seht ihr die seht ihr die problematisch oder sagt ihr nee das ist nur eine von vielen weil es gibt natürlich genug karten über die man ansonsten hier diskutieren könnte und deswegen würde ich sagen wir springen einfach mal zur nächsten karte über das ist auch eine karte die wir jetzt schon ein bisschen länger haben die aber noch nicht so viel play gesehen hat was sich auf jeden fall in nächster zeit ein bisschen ändern wird das ist der gute fenrier ich glaube auf den effekt brauchen wir jetzt nicht mehr eingehen ich glaube den kennen wir mittlerweile und da stelle ich mir jetzt so die frage ist diese karte gesund für das spiel oder nicht weil die karte ist free special bar das übrigens auch nicht once per turn das heißt wenn der gegner den ersten irgendwie los wird dann hast du noch vielleicht einen zweiten oder hast vorher seinen effekt genutzt zum suchen um ihn selbst zu noch mal zu haben dann kannst du noch mal specialen und da sag ich ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des guten weil das natürlich auch eine karte ist und generell auch wieder eine engine die sehr sehr splashbar ist weil eine downside hat die karte ja nicht wirklich ne ne keine und vor allen dingen also die kann sich selbst suchen so wo gibt es denn sowas früher gab es die restriction so du kannst alles suchen außer sich selbst nein er kann sich einfach selbst suchen das heißt selbst wenn man ich sag mal so ein extrem guter trap tricks spieler wie ich es einer bin spielt dann zum beispiel noch eine außer im eigenen deck um sich ein erdemonsten im gegnerischen friedhof zu holen auf meine spielfeld seite zu specialen kann ich mir mit dem gegnerischen fenrier den ich mir special meinen eigenen fenrier searchen und das ist tatsächlich schon ein bisschen bisschen zu viel des guten das ist aber auf jeden fall glaube ich auch eine karte haben wir jetzt aktuell so wie du schon gesagt hast noch nicht so viel gesehen wird aber nicht nur durch den neuen castierer support sondern allgemein in der meta der zukunft wird die glaube ich öfter auf die karte werden wir öfter treffen in mehreren decks auf jeden fall die bestials könnten eventuell früher oder später raus rotieren je nachdem wie sehr tier limits angefasst wird aber ich glaube der der fenrier der der wird bleiben ja denke ich auch theoretisch könnte man im selben atemzug auch noch das einhorn erwähnen nur das einhorn muss ich sagen ist schon eher besser für das themendick selber also das einhorn ist eine insane gute karte wahrscheinlich ist die auch deutlich besser als der fenrier durch den neuen support weil sie eben spells suchen kann aber der fenrier wie gesagt ist halt wirklich sehr sehr flexibel einsetzbar und ist pankratops 2.0 in viel viel besser deswegen durchaus eine karte die mal ein problem werden könnte aber alle karten die wir bisher genannt haben die sind eigentlich gar nichts gegen den guten hier nämlich den castierer raise heart denn der typ der ist völlig bescheuert also ich weiß auch nicht was man sich dabei wieder gedacht hat ist generell erstmal sehr leicht beschwörbar hat zwei möglichkeiten um den zu beschwören entweder drei monster der stufe 7 was ein sehr leichter weg ist für castierer selber aber man kann ihn auch noch beschwören indem man den effekt von shang ira benutzt hat und dann kann man den einfach drüber packen und wenn man sich dann denkt aber dann hat er nur zwei materialien dann hat er ja seinen effekt gar nicht live ihr müsst einfach nur ein anderes exe monster daneben legen den effekt bestenfalls noch nutzen um vielleicht eine barriere statu aus dem deck zu spaschen kommen wir gleich noch mal zu und dann geht das material gebanished und dann hat der herr auch drei exe materialien also das geht sehr sehr leicht das heißt in der theorie sieht die karte vielleicht erst mal gar nicht so gut aus weil sie ist in der theorie vielleicht nur in anführungszeichen ein makrokosmos aber wenn man da mal einen blick in das deck hinein wirft dann merkt man ganz schnell das ding ist geistesgestört weil dieses anhängen von banish pile ist nicht once per turn sondern once per chain das heißt das ding hat ganz ganz schnell mal sechs sieben acht materialien wenn man da mal dagegen gespielt hat sieht man erst mal wie schnell das geht da können wir vom glück sprechen dass der face down banish effekt der quick effekt dass der once per turn ist und wenn ihr mir jetzt sagt dass das ding nicht once per dass das ding kein problem werden könnte irgendwie früher früher oder später weil makrokosmos unquick gefährdet und kann sich auch gebändeste karten jederzeit wieder recyceln dann weiß ich nicht also gesund hört sich's nicht an oder ne gar nicht vor allen dingen also korrigiere mich ich überlege gerade das ist glaube ich per combo ich sag mal das erste makrokosmonster was man so sich aufs spielfeld spaschen kann also weil den dark lore da musst du die spell heart draw ziehen dann hast du natürlich makrokosmos selbst und die fischer so die musst du auch ziehen genauso wie different dimension ground die fallen karte so das musst du alles irgendwie ziehen über eine combo kriegst du da diesen makrokosmos effekt nicht aufs spielfeld das heißt also vielleicht irre ich mich auch aber ich glaube das ist das erste monster was du per combo in so ein makrokosmos effekt aufs spielfeld spaschen kannst und das ist natürlich in einer meter die vor allen dingen natürlich auch viel über den friedhof spielt siehe tier lemons schon sehr sehr problematisch also klar ist es ein guter konter für tier lemons gegen tier lemons aber der tötet natürlich auch alle anderen decks die über den friedhof gehen wollen und das finde ich schon extrem hart wenn der gegner konstant turn 1 dir das ding immer aufs spielfeld legen kann auch noch 3000 adk 3000 def leck mich fett und wie du gerade gesagt hast du dann hat er mal ganz flott acht material legt er mal ins häus oben drauf aber ist ja ganz genau was passiert das ist absolut richtig das ist natürlich auch noch mal ein aspekt was man aber auch hier nicht vergessen darf ist castira wird oft auch in verbindung gebracht momentan mit adventure also mit dem adventure package und natürlich wird man einen haufen outs spielen gegen den rice hard und natürlich kann auch der rice hard eure verbannte water enchantress zum beispiel da dranhängen und wenn ihr den herren dann outet und da hängt noch der water enchantress dran ihr habt den negiert dann wandert der ganze kram in den friedhof und dann ist die water enchantress für den nächsten spiel zu wieder bereit und wartet dort ne also die die karte bringt wirklich wirklich viele probleme mit sich und vor allem kann sie auch die ganze zeit ressourcen wieder recyceln aber ja geht dann halt wieder gebärnisch aber je nachdem wenn der halt negiert wird echt problematisch schreibt gerne in die kommentare was ihr von ihnen haltet aber ich glaube mit dem werden wir nicht so viel spaß haben vielleicht für den moment ja wo wir dann sagen endlich haben wir eine antwort auf tier und ein paar monate später denkst du dir so boah ich kann ihn nicht mehr sehen und ich glaube das wird ziemlich schnell eintreffen und ja wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen denn es die gute barrieren statur der stummelnde warum wir die karte wieder ein problem oder kann er ins werden oh man ja meine liebe meine absolute lieblings karte wie alle wisst sie kann ganz einfach über den überfall raptor arsenal falken auf spielfeld gespecialt werden ihr fragt euch was ist der törner karte worüber spricht er da der verwirrte alte mann ja das ist ein rank 7 monster welches euch auf detach ein stufe vier oder niedriger winkt beast monster aus dem deck special stufe sieben haben wir eben gerade darüber gesprochen kasch tira so sieht es aus das heißt zwei sie zwei stufe sieben uns auf spielfeld geklatscht dann generisch beschwörbar den arsenal falken detach barriere statu der sturmwinde aufs spielfeld neben dem wunderschönen marco kosmos boss monster da hast du spaß da klatsch dir in die hände und das richtig spaß ist übrigens über eine one card kombo also one card unicorn ist barriere statu mit arsenal falke und rice hart live mit drei materialien also one card ist das übrigens möglich um das noch mal festzuhalten deswegen glaube ich das lassen wir dann einfach mal so stehen mit der barriere statu ich glaube das spricht für sich mehr brauchen wir da nicht zu sagen und dann springen wir mal rüber zum neuen bistil bistil baldrake ist es hier und das ist noch mal eine karte wo ich sage das ist magnamut in tausend mal besser noch mal also klar magnamut sucht ne aber stellt euch mal vor ihr habt einen magnamut und drüßwurm schon auf der hand so dann kriegt ihr in der endphase noch den search für einen baldrake habt aber den drüßwurm noch so und dann kann drüßwurm mit den baldrake interagieren denn der baldrake kann einfach den drüßwurm als tribut anbieten und dann darf der typ hier auch noch seinen effekt benutzen der nämlich sagt you contribute one other light or dark monster than target one with the special summoned monsters banish it so das heißt ihr habt einmal ein gespecialtes monster über drüßwurm den ihr weg senden könnt ja und dann könnt ihr noch ein spanischen was dann der baldrak sagt und wenn die karte nicht mal gut ist dann weiß ich auch nicht und ich glaube durchaus dass die im jetzigen zeitalter wo uns die büste schon nerven noch mal ein problem darstellt weil stellt euch mal vor ihr spielt wirklich decks wie hero ihr spielt despia klar tier elements logischerweise auch dafür ist es sicherlich eine gute antwort wobei man sagen muss da möchte man drüßwurm effekt auch nicht so gerne benutzen zum weg senden weil ihr wisst was dann passiert da geht das ganze spiel wieder von vorne los aber der baldrak effekt zum bänischen ist natürlich perfekt dagegen aber ich glaube das wird für viele decks nicht angenehm sein gegen den typ auch noch zu spielen weil dann habt ihr nicht nur den drüßwurm der schon genervt hat nicht nur mag nur der schon genervt hat dann kommt noch der baldrak dazu vielleicht rotiert sogar dann der sachen hier raus weil der der schlechteste von allen ist vielleicht sagt man aber auch hey ich spiel dann einfach zwölf dann kann man das natürlich auch machen aber ich glaube schön liest die sich auch nicht aber ich weiß nicht ob die wirklich eine problemkarte ist deswegen schreibt uns das mal da sind wir uns auch nicht ganz so sicher oder alleine vielleicht nicht aber zusammen mit dem drüßwurm das ist schon ich sag mal eine ekelhafte interaktion beziehungsweise kommt also kombo übertreib jetzt aber ihr wisst was ich meine so weil tatsächlich ich sag mal mit 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 material was eher auf dem spielfeld liegt was ihr anderweitig gar nicht verwenden könnt den drüßwurm sozusagen zu forcieren dass er in den also selber in den friedhof zu schicken durch den baldrak um eine karte zu senden und dann noch über dem baldrak eine karte zu banischen auch nicht until the end of turn oder irgendwie so ein kram sondern ist halt einfach weg das ist schon das ist schon anders bekloppt ja also auf jeden fall bist jetzt wird oder ist einfach eine unfassbar starke engine bald auch ein eigenes deck thema wenn es so weitergeht die man auf jeden fall also das ist im endeffekt muss man sagen das ist so ein bisschen wie brave damals geile engine die in viele decks splashable ist vor allen dingen aber ich sag mal so tier 2 oder rogue tier 2 contender decks stärken würde aber dann wiederum zu teuer für diese decks dass man sagt auch komm ich investiere jetzt einfach mal 150 bis 200 euro für so eine engine um mein tier 2 fun deck irgendwie aufzupimpen aber ja baldrak könnte also könnte der wird uns einen maximalst auf den sack gehen davon könnt ihr ausgehen definitiv und um den effekt noch mal richtig zu erklären ich dass jetzt hier falsch rüber kommt ich habe den ersten part eben nicht noch mal vorgelesen der effekt von ihm der ist natürlich nur wenn der gegner entweder in ritual fusion synchroxie oder linkmonster beschwört das heißt ihr habt ja trotzdem die interruption dann onboard es ist eigentlich komplett egal wann ihr den holt das heißt wenn tier lemons in eurem spielzug spielt dann könnt ihr natürlich auch mit dem selber noch interagieren das ist natürlich auch möglich und das nur noch mal komplett korrekt zu erklären was mich natürlich noch interessieren würde ist jetzt nicht das thema für heute welche rarität wird er haben wird der einen super rare magnum u 2.0 für 20 euro oder wird der eine secret die 50 bis 60 euro kosten wird ich weiß es nicht könnt ihr gerne in die kommentare schreiben ich für meine teile könnte mir vorstellen vielleicht sogar eine secret was ich mir nicht wünsche wünscht mir auch nicht das wird teuer gruselige vorstellung und wenn wir schon über gruselig sprechen das war die beste überleitung entschuldigung dann triple taktik tasking ich kann es wieder nicht aussprechen denn es wie spricht sich das ding aus hier triple taktik tasking ich bin gespannt wie die wie würden die bei uns das talent nee denn die tasking tasking ist ja aufgabe ich weiß nicht wie sie übersetzen wenn es mir egal problematisch ja kommt in foton hypernova raus und wird auf jeden fall mit eines der neuen meter staples werden ab release von foton hypernova das ist richtig denn ich habe die karte das erste mal wo ich sie gelesen habe erst mal so verstanden dass man sich was setzen kann ja und du danach die karte nicht aktivieren kannst oder dachte ich eigentlich weil ich die karte noch nicht richtig gelesen habe diese restriction bezieht sich eben auch auf den zweiten teil dieser karte der wiederum sagt dass wenn der gegner ein monster aktiviert kontrolliert dann könnt ihr euch die karte stattdessen auf die hand nehmen so dann hätte ich gedacht okay ist ja logisch sonst wäre die karte komplett broken aber dann habe ich die nummer richtig gelesen eben und dachte mir so nee die ist komplett broken weil die kann einfach alles suchen die sucht pot of prosperity die sucht eine dimensions barriere die sucht was sucht sie noch alles in deines dark holes sie sucht lightning storms ich könnte so viele mehr beispiele noch nennen talents natürlich auch allen selbst klar also die karte ist maximal heftig ihr könnt euch eure also ein roter so ihr könnt euch eure eure ganzen searcher searcher spells das muss eine normale zauber oder fallen karte sein so kurz zum effekt wenn der gegner in einen einen monster effekt in diesem spielzug aktiviert hat also dann wahrscheinlich sozusagen in eurem zug der aktiviert eine bistel in der hand beschwört ihn aufs spielfeld zum beispiel oder eine halfness ja dann darfst du triple tactic tasking aktivieren und die eine normale zauber oder falle direkt vom deck entweder setzen oder dann darf sie in dem spielzug nicht aktiviert werden oder wenn der gegner in dem moment ein monster kontrolliert kannst du dir stattdessen diese karte deiner hand hinzufügen das heißt alles was eine normale zauber oder normale fallen karte ist alles aus dem jugio kosmos könnt ihr euch damit dann suchen und das finde ich schon krass definitiv und ich meine generell umso mehr ich darüber nachdenke selbst der erste teil für ein trap deck oder so ich weiß nicht ob man das dann machen wird vielleicht im side deck so für trap decks du kannst dir ja first dann einfach die falle deiner wahl dann setzen aus dem deck logischerweise muss die halt eine normale falle sein aber da gibt es ja auch genug gute so ein tt kompuls und weiß nicht alles sind ja auch immer noch gute karten die kannst du dir dann damit setzen und die willst du auch noch gar nicht aktivieren weil du bist ein fallendeckspieler du möchtest das erst im nächsten spielzug aktivieren und deswegen glaube ich ist das auch für diese art decks keine schlechte karte aber ich denke auf jeden fall eine karte die auch problematisch werden könnte ich denke die restriction dass man halt wieder einen monster effekt aktivieren muss macht das ganze sehr format bedingt das haben wir auch bei talents auf das heißt die karte wird in den formaten wo viele monster effekt aktiviert werden eine unfassbar gute karte sein dann wird es aber auch wieder formate geben wo ich denke dass die karte nicht so gut performen wird deswegen ich glaube overall trotzdem eine problematische karte weil sowas hatten wir glaube ich auch noch nie dass wir uns quasi einfach jeden normalen spell aus dem deck suchen können und den auch noch aktivieren dürfen das ist schon auch ziemlich gaga aber ob es ein problem zu 100 prozent darstellt weiß ich noch nicht oder naja und was halt aber passieren könnte ist je nachdem wie sehr die karte hier einschlägt also könnte deck building tatsächlich noch auf verändern weil also ihr spielt dreimal triple tactic tasking ja das heißt ihr braucht eure ganzen ich sag mal power spells oder power traps müsst ihr nicht mehr auf drei spielen spielt ihr auf eins und sucht euch dann einfach nur das was ihr gerade benötigt also ein talents einfach nur noch dann eine kopie im deck die ihr euch dann einfach über tasking hinzufügen könnt oder irgendwelche floodgate traps oder was auch immer dakula no more scheißegal also irgendwas was ihr normalerweise auf drei spielen würdet um es unbedingt ziehen branded fusion ich kann mir damit eine branded fusion suchen also ihr seht schon damit ist ganz ganz viel möglich wie die karte am ende gespielt wird oder wie es ein oder integriert wird weiß ich auch noch nicht aber ist schon verdammt stark deswegen schreibt eure meinung dazu auch mal gerne und dann gehen wir direkt zur nächsten karte als despier fan dennis haben wir hier grant keine ahnung the final dragon genau den zweiten namen der final der letzte drache der end drache ja der ist unter anderem grund dafür warum die kathese als 34 euro kostet nein es sind nicht wir wir sind nicht der grund dafür es ist diese karte unter anderem plus der neue support der da noch in zukunft kommt in cyberstorm exist aber das ist ja tatsächlich foton hypernova noch also noch mal genau das foton hypernova das heißt nicht mehr so lange hin anfang februar kommt das set und wenn die karte fusions beschworen wurde super easy peasy braucht dafür ein blazing kathesia plus ein licht oder finsternis monster das kriegt ihr immerhin also vor allem die blazing kathesia in branded despier auch wunderbar searchable könnt ihr ein licht oder finsternis monster der stufe sechs von eurem deck oder eurem extra deck in den friedhof schicken klingt gut warum weil ihr zum beispiel diese karte auch wunderbar zusammen mit der blazing kathesia in einem shadow bild spielen könnt oder auch so könnt ihr eine kleine shadow engine in eure decks integrieren weil ihr damit einfach abcologne schickt abcologne searcht euch schism ihr müsst wieder eine karte abwerfen okay alles halb so wild werft ihr im optimalfall eine tragödie ab geht ja auch noch mal plus und habt dann quasi euer setup schon für eine winder im gegnerischen turn also das heißt aus dieser karte könnte wieder winder eine problematische komponente für die meter der zukunft werden ja here we go again warum diese karte immer noch im spiel ist fragt sich glaube ich jeder genauso generell so flat gate monster da sieht man einfach dass die immer mal wieder ein problem werden so vielleicht hätte man sich irgendwann dann doch mal dazu entscheiden müssen ich nehme sie mal raus und mal gucken was dann passiert weil stellt euch mal die karte vor ohne den ganzen bumms die wäre trotzdem noch gut die wäre gut aber könnte nicht irgendwelche ekligen locks erzeugen aber werde für das deck thema halt selber immer noch eine sehr sehr gute karte mehr habe ich dazu erst mal nicht zu sagen und dann sprechen wir über eine karte die ist schon ein bisschen älter und zwar regeki das war mein wunsch dass wir die karte heute mal sprechen denn die karte ist vor kurzem ocg zur band ist die am ersten januar online gegangen ist oder live gegangen ist auf zwei gegangen und davor war die karte meines wissens im ocg glaube ich auch auf drei war die auch auf drei ich weiß bin mir gerade gar nicht sicher ich glaube die war drei ja ich bin mir nicht sicher aber es spielt eigentlich auch nicht so eine große rolle was das ocg da gemacht hat das sollte nur so netter neben neben erwähnung sein weil ich glaube dass diese karte langfristig vielleicht sogar wieder ein problem für uns darstellen könnte weil lightning storm wissen wir alle ist eine super gute karte ist aber once per turn bezieht sich natürlich auch auf spell and trap und auf monster so aber bei regeki sind wir bei einer alten karte die eben nicht once per turn ist die theoretisch jederzeit einen board wipe erzeugen könnte so da stelle ich mir die frage ich weiß nicht für das nächste format wahrscheinlich noch nicht so vielleicht als antwort von tier auf kastirer da vielleicht tatsächlich sogar schon relevant weil man natürlich das board räumen möchte damit der makrokosmos weg ist damit man wieder spielen kann vielleicht sogar schon im nächsten format relevant aber ich glaube langfristig kann das so blöd wie es sich anhört wirklich ein problem sein ein regeki auf drei zu haben weil wir haben im spiel dann irgendwann zu viele mass removals wir haben drei dark hole wir haben drei regeki wir haben dreimal lightning storm vielleicht spielen im nächsten format noch book of eclipse klar das ist kein mass removal aber macht de facto das gleiche legt halt einfach alles zu so wir haben so viele möglichkeiten evenly matched da going second rein zu krätschen vielleicht sagt ihr jetzt aber auch spinnst du das ist doch genau das was wir brauchen weil wir wollen diese ganzen going second karten haben und keiner boardet so viel klar verstehe ich auch irgendwo aber vielleicht könnt ihr auch irgendwie meine sichtweise ein bisschen dazu verstehen wo ich sage weil das blöde once per turn fehlt immer immer schwierig genau das heißt selbst wenn einmal die aktivierung annulliert werden würde so könnt ihr direkt einfach nur eine zweite abfeuern und das coole an regeki ist tatsächlich auch irgendwann im late game so dass das ja da gibt es ja die restriction zu lightning storm nicht wo ihr halt nichts offenes irgendwie auf dem spielfeld kontrollieren müsst sondern jederzeit einfach mal so ein regeki zünden da guckt man immer dumm so ich guck auch dumm wenn also ein regeki gegen du spielst hast du ein endboard liegen und wiegst dich in sicherheit und der gegner kommt mit regeki regeki und du denkst dir so ja irgendwie schmunzelt man weil man sich denkt so eine geile alte karte und dann ist ja fair regeki so eine simple alte karte hat einfach mein ganzes board geklärt ja dankeschön aber wie gesagt das ist sicherlich jetzt nicht die problematischste karte von allen heute aber ich dachte mir vielleicht einfach das als dengan stoß hier mal rein zu werfen ist vielleicht noch mal ganz spannend auch für euch deswegen bin ich gespannt was sie dazu sagt und dann kommen wir zur vorletzten karte für heute das ist time rending morganate ähm und die ist schon wirklich komplett bescheuert ne also die hat drei verschiedene effekte und du kannst dir einen davon aussuchen ne ne die alles alles geht alle sagt die sogar ich hab das gerade erst mal do this duel apply each of the following effects also wer hat sich denn das wieder ausgedacht you can cannot activate the effects of monsters in the hand okay das heißt wir schalten schon mal handjobs aus damit ne und sämtliche tier monster namen in der hand haften das brauchen wir keine angst mehr vorhaben tier elements crash tiere auch nicht mehr äh you can normal summon set up twice per turn das heißt äh weiß nicht karten die auf der band sind wie ein nightmare goblin die wären ja zu gut dann weil der nur die zweite normal summon macht deswegen hat man sich gedacht das packt man auch noch dazu und dann äh hat es auch noch einen anderen effekt und zwar you can draw two cards when you conduct your normal draw das heißt wenn ich einfach für turn ziehe und hab die aktiviert dann ziehe ich zwei karten ja gut ziehe ich halt zwei outs als sechste ne also was weiß ich ich weiß nicht was man sich dabei gedacht hat und sie hat auch noch einen friedhofs effekt äh der ist sicherlich auch nicht schlecht aber äh ja der ist der ist insofern nicht schlecht weil du sozusagen also ne wenn du einmal halt diese time rending morganite aktiviert hast dann gilt halt der effekt für das ganze duel wenn du dann eine weitere kopie nachziehst kannst du dann quasi den effekt von der kopie die im friedhof liegt aktivieren sie verbannen die karte von deiner hand abwerfen und dann hast du quasi bis zum ende des spielzugs können kann der gegner mit ähm äh monster effekten nicht auf deine normalbeschwörung reagieren also du du gehst eigentlich nur ähm positive side effects äh bei dieser karte klar du kannst keine effekte von monstern in der hand aktivieren heißt bist du sind tot hand traps sind tot okay alles gut aber es gibt einen haufen decks und auch einen haufen ähm art types denen so ein effekt in der hand gar nicht so wichtig ist und die vielleicht auch auf hand traps verzichten können ne also wenn ich mir jetzt überlege zum beispiel in einem control deck wie trad tricks ja da gibt es glaube ich einen effekt bei den neuen monstern gibt es einen quick effekt von der hand so der ist halb so wild muss man nicht unbedingt machen so hilft aber muss nicht das heißt ich kann jedes mal zwei karten ziehen fürs grind game also du outgrindest ihn also von natur aus das ist einfach so geil jedes mal zwei karten ihr zieht in den monster in den trap in den monster in den trap in den extender in monster in den trap so vollgas und dann darf ich zweimal beschwören das heißt wenn meine erste beschwörung interrupted wird habe ich einfach noch eine zweite so for free und dann gibt es noch eine fieldspell bei trap tricks die sagt ich darf noch mal zusätzlich eine normalbeschwörung machen ich kann bis zu dreimal normal beschwören mit trap trick also die karte die ist schon die ist schon ein bisschen also es wird safe in secret die liest sich einfach viel zu gut alles andere wäre wer wer fragwürdig aber da frage ich mich tatsächlich so wohin soll es gehen so das ist ja auch ein lingering effekt du aktivierst die die gilt bis zum ende des duells bis zum ende des duells egal wie lange es geht und das finde ich schon ein bisschen wängstig das ist schon krass vielleicht sagt man auch wieder das ist so eine karte die schnell overhyped sein könnte weil man muss natürlich mal gucken also klar es dauert noch eine weile cyberstorm access ein bisschen dauert schon noch was passiert mit dem spiel bis dahin wir wissen es nicht wie wie sieht das spiel zu dem zeitpunkt aus gibt es überhaupt ein deck wo die karte wirklich gut kommt das wissen wir alles nicht weil es gab in der vergangenheit schon genug flop karten wie cross out designator oder auch artemates layer bisher also deswegen man muss hier vorsichtig sein aber das was man hier liest ist schon ziemlich irre und ich kann mir auch schwer vorstellen dass die nicht wirklich gespielt wird aber da muss man auch hier die praxis abwarten und deswegen würde ich sagen denn es wir schauen uns noch die letzte karte für heute an du als despier spieler möchtest du sicherlich die letzte karte noch übernehmen eine branded karte blazing branded king eine normale fallen karte die glaube ich heute erst angekündigt worden ist ja also ihr wählt ein fusionsmonster welche sie kontrolliert wo der gefallene von albers drauf steht so das heißt es ist quasi aktivierungs condition ihr braucht ein fusionsmonster auf dem spielfeld welches den gefallenen von albers zum beispiel ja und dann annulliere alle effekte aller anderen offenen karten die gerade sich auf dem spielfeld befinden bis zum ende des spielzuges das ist eine normale fallen karte super weil branded im namen während der endphase die karte quasi noch denselben effekt wie fast alle anderen branded spell traps während der endphase wenn ein fusionsmonster in den friedhof geschickt wurde kannst du diese karte am ende des spielzugs deiner hand hinzufügen so kannst du allerdings warte mal you can only use jeden effekt nur einmal pro spielzug und nur einmal in diesem spielzug also das heißt beides geht nicht das heißt die muss da mindestens ein spielzug drin liegen bevor sie wieder zurück auf die hand nehmen können alles halb so wild der erste effekt reicht schon denn ihr könnt in dem moment wo zum beispiel ein gegner euch in regeki oder ein evenly matched um die ohren werfen möchte könnt ihr euch in sicherheit wiegen weil ihr euch branded king gesearcht und gesettet habt und damit quasi das evenly matched annulliert oder wenn der gegner ein volles bord hat mit viel spells und was auch immer für sonstigen monster effekten dann wird einfach mal alles alles was gerade sich auf spielfeld befindet annulliert übrigens darcooler auch ne genau darcooler auch ist auch ein out gegen darcooler also das ist schon das ist schon tatsächlich sehr sehr krass die frage ist tatsächlich ob ob es eine main deck karte wird oder eher side deck game 2 3 wenn man dann halt mal first geht und diese karte sich suchen möchte anstelle von einem rot markiert oder einem markierten verbannung oder sowas aber an sich liest die sich schon wirklich sehr sehr stark so suchbar das gesamte bord annullieren und vor allem mehrfach super weil ihr könnt ihr auch über den über die bist du könnt ihr die auch auf spielfeld befördern weil es ist eine branded karte und es ist gleichzeitig eben auch noch eine möglichkeit die mit tragedy wieder zu resetten also das deck hat sehr sehr viele optionen dann tatsächlich die karte doch noch mal wieder aufs feld zu bekommen obwohl der ein effekt schon benutzt wurde also deswegen ist die karte sehr sehr flexibel einsetzbar da deswegen glaube ich liest die sich für den moment erst mal noch nicht so problematisch aber wenn man dann erst mal sieht wie groß die recycling möglichkeiten bei den branded karten selber sind dann wird es schon echt schwierig weil ihr könnt damit wirklich alles negieren und wenn ihr dann irgendwie habt einen ras lock auf dem feld und legt das ding auch noch hin schön ist es dann nicht mehr an der stelle aber ich glaube das ist auch weiß ich nicht ob ich die als problem karte betiteln würde auf jeden fall sind das alles sehr sehr gute karten das waren sicherlich heute auch nicht alles problem karten deswegen steht ja auch hier ein großes fragezeichen dahinter und deswegen wollen wir heute auch mal von euch wissen was sind für euch davon problem karten vielleicht sind aber auch viele karten dafür oder davon dabei wo ihr sagt ich freue mich richtig auf die und ich habe bock darauf deswegen vielleicht sollte man das ganze auch nicht zu kritisch sehen aber natürlich muss man das auch mal einfach mit einem großen großen fragenden blick beäugen weil ja jugio entwickelt sich in eine richtung die wir alle nicht unbedingt so gut finden und deswegen muss man das einfach teilweise kritisch beäugen mehr möchte ich gar nicht rumschwafeln denn es ich bedanke mich dass du mit dabei warst heute mal mit einer etwas anderen sache ihr da draußen könnt gerne mal schreiben ob wir sowas öfter zusammen machen sollen und ja mehr gibt es nicht zu sagen check denn es ab und in diesem sinne würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten mal tschau tschau